Moin, mein Brust und Sisters, mein Name ist NailieStyles und herzlich willkommen zurück zu Choo-Choo-Charles. Ihr wolltet mehr Choo-Choo-Charles sehen? Warum ploppen eure Kommentare auf wie Pickel? Und ich will ehrlich gesagt mehr Choo-Choo-Charles spielen. Wir sind auf dem Weg zu unserer nächsten Mission, Erforschung der Südmine. Die Bande hält ein wichtiges Ei in der Südmine versteckt. Das ist, soweit ich die Geschichte verstanden habe, ein Ei von Charles. Die müssen wir zusammen kriegen, um Charles anzulocken und dann zu töten. Ist das die richtige Station? Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wie Charles klingt, wenn er auf uns zurennt. Das heißt, ich muss vor... Ah! Sei es ab! Ich geh an die Waffe! Charles, du hast keine Chance! Boom, boom, boom! Ich verbrenne dich, du ekelhafte Spinne! Wegen dir fahre ich an meiner Mission vorbei! Okay, wir brauchen die andere Waffe. Let's go! Wir gehen ran! Du kriegst gerade voll aufs Maul! Können wir den Zug reparieren? Wir haben nicht mehr viel Leben. Reparieren! Perfekt! Wir kriegen das hin! Ich bin konzentriert! Oh mein Gott! Die Waffe muss abkühlen! Wie viel Leben haben wir? Nicht mehr viel! Ich muss den Zug wieder reparieren! Let's go! Und wir wechseln die Waffe zum Flammenwerfer! Verbrennen, du reich! Okay, wir haben Charles zur Flucht geschlagen. Allerdings sind wir jetzt viel zu weit, oder? Mann, wir sind voll am Ziel vorbei! Das heißt Rückwärtsgang! Charles, ich komme nochmal zurück! Ich hoffe, du vermisst mich! Übrigens, dieser Kommentar hat mir sehr weitergeholfen. Nämlich haben wir den Flammenwerfer bekommen. Der heißt nur Insekten-Spray! Habt ihr gesehen, wie wir Charles verbrannt haben? Boom! Übrigens, Leute, ich habe eine neue Like-Animation! Like das Video! Das wäre sehr lieb von euch! Okay, ich glaube, hier sind wir jetzt am richtigen Punkt. Ich markiere den Kreis nochmal, damit wir uns genau sicher sein können. Finden wir hier vielleicht noch ein bisschen Metallschrott? Ich habe gerade ziemlich viel verbraucht, um den Zug zu reparieren! Ich komme da nicht in das Gebäude rein! Ist das doof! Okay, dann hilft dir alles nichts! Oh, ein bisschen Schrott, dankeschön! Wir gehen in die Mine rein! Die Mine, in der eine Bande auf uns wartet! Wir haben keine Waffe oder so! Ich komme komplett unbewaffnet! Also hoffe ich wirklich, dass ihr friedlich seid! Kann ich diesen Minecart runterschieben? Schade, funktioniert nicht! Wo ist das Ei? Das muss hier irgendwo drin sein! Oh, ein Zettel! Dringender Brief an Herr Warren! Während wir in dem am... Jo, was ist das für eine Musik? Die ist gruselig! Während wir in den am weitesten entferntesten Tunnel arbeiteten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle! Etwas ist hier seltsam! Doch wir wissen nicht was! Wir bitten, Herr Warren, sobald wie möglich, das südliche Minengelände zu besuchen, um weitere Anweisungen zu erteilen! Eugene! Ist das der Eugene, der von meinem Zug runtergefallen ist? Was ne Pfeife! Ich bin dreimal über ihn rübergefahren! Was mich natürlich sehr traurig macht! Anschleichen! Lehne dich nach links oder... Das Tutorial ist einfach verschwunden! Aber ein Tutorial zum Anschleichen ist nie ein gutes Zeichen! Da liegt Schrott auf dem Boden! Perfekt, nehmen wir mit! Sims Alabim! Grüne Farbe? Verwenden in deinem Zug, um die Farbe zu ändern! Wieso soll ich die Far... Ist das einfach nur für Styling? Oder bringt die Farbe auch wirklich irgendetwas? Oh, hier geht's weiter! Wo könnte das Ei sein? Ich möchte einfach so tief, wie ich kann, in die Höhle reingehen! Wir machen genau das Gegenteil vom Schleichen! Wir sprinten einfach hier durch! Oh, das sieht richtig aus! Hallo? Ist hier irgendjemand drinne? Ich komme nur, um das Ei von dieser Zugspinne zu holen! Ich arbeite also in unser aller Interesse! Das sieht gruselig aus! Das sieht sehr, sehr gruselig aus! Oh mein Gott! Hey! Du Blöd, Mann! Wieso kommst du gleich mit der Knarre auf mich zu? Ah! Was soll ich tun? Okay, ich... Bin am Popo, oder? Hast du's jetzt? Bist du jetzt zufrieden? Du brauchst mich nicht so anzugucken! Du hast die Knarre in der Hand! Ich versteck mich gar nicht! Ich bin genau vor dir! Weißt du... Entgleist? So nennt man das also, wenn jemand mit der Schrotflinte dir in den Popo schießt! Die Frage ist, wie soll ich hier weiterkommen? Ist das der einzige Wachposten, oder gibt es mehrere? Oh, da ist das Ei! Der läuft hier die ganze Zeit im Kreis, der Idiot! Gib mir das Ei! Ich hab's geklaut! In der nächsten Runde sollte dir auffallen, dass es nicht mehr da ist! Ganz langsam... Was, ein Idiot! Ich bin da mal draußen! Er läuft jetzt so eine Runde, da fällt ihm auf... Oh, das Ei ist ja gar nicht mehr da! Aber was soll ich euch sagen? So ein wertvoller Gegenstand und ihr stellt nur einen Wachposten auf, ihr Vollidioten! Okay, meine Mission müsste sich aktualisiert haben, denke ich mal. Eigentlich müsste ich nochmal hier hingehen! Weißt du was? Das tun wir jetzt auch! Ich benutze den Rückwärtsgang meines Zuges! Let's go! Und wir müssen ihn ein bisschen reparieren! Wir haben noch 10 Schrott, wir bringen unseren Zug mal auf 100%! Okay, am besten wir steigen hier aus und laufen dann nach oben! Und hier haben wir die Farbeiner! Eimer! Wir können die Farbe des Zuges... Ey, wer hat gesagt bremsen? Fahr weiter! Fahr weiter! Fahr weiter! Grüne Farbe! Unser Zug ist jetzt grün! Was auch immer das bringen soll, ich weiß es nicht! Können wir auch eigentlich einfach aus dem Zug rausspringen und der... Oh, der hält automatisch an! Wir müssen theoretisch nicht mal den Hebel umlegen! Ich hoffe nur, dass Charles uns jetzt hier nicht angreift, während wir durchs Dickicht laufen! Die Mission ist ja ziemlich weit von den Gleisen weg! Das heißt, wir haben einen weiten Weg zurück zu unserem Zug! Oh, hier ist ein Licht! Finde ich vielleicht irgendwie Schrott! Ich möchte mal meinen Zug wieder ein bisschen upgraden! Der muss größer und schöner werden! Oh, wer bin... Du bist eine Hexe! Yo, ich hab eine Hexe im Wald gefunden! Hast du vielleicht Charles gemacht? Du siehst gruselig aus! Hallo, Schätzchen! Ich bereite einen frischen Eintopf mit Zutaten aus meinem eigenen Sumpf zu! Doch es fehlt etwas Fleisch! Ich rieche einen Kadaver auf der kleinen Insel im Sumpf! Wenn du dorthin wattest und ihn mir bringst, bezahle ich dich mit Schrott! Dankeschön! Hüte dich jedoch vor dem Schlumpfmonster... Barry! Sumpfmonster, nicht Schlumpfmonster! Halte deine Augen auf! Bewege dich nicht, wenn er dir zu nahe kommt! Solange du stillstehst, ist er zahm, wie ein kleines Kätzchen! Okay, wir müssen zu der kleinen Insel da hinten kommen und dann gibt uns die Hexe ein bisschen Schrott! Eine Waffe wäre mir lieber gewesen! Lecker Schmecker Eintopfrezept! Sumpfwasser, Salz, Klee, Erde, Salz, Fleisch, egal welches, einschläßlich Menschenfleisch, haha, Salz! Die schreibt sogar noch, haha, in ihre Notiz rein! Das ist wirklich eine Hexe! Oh, da ist ein bisschen Schrott! Aber mit Schrott lasse ich mich gerne bezahlen! Kann ich einfach hier durchs Wasser laufen? Ich muss aufpassen! Oh, da ist das Sumpfmonster! Sumpfmonster! Okay, ich bewege mich wieder ein bisschen! Alles ist cool soweit! Das planscht da doch nur ein bisschen rum! Ich will ein bisschen schneller sein! Glaub mir, hätte ich meinen Zug, würde ich einfach hier durchfahren! Alles gut, Barry! Bleib unter Wasser! Deine hässliche Fratze möchte keiner von uns sehen! Ich laufe einfach durch! Barry, du kannst mich mal! Du kannst mich sowas von... Das ist ein Fischkadaver! Oh, ich dachte, es geht um einen Menschen! Okay! Heißt das, Barry ist sauer, wenn es blitzt? Ich kann ins Wasser reinspringen! Okay, Barry, du bist auf der Seite! Alles cool soweit! Ich bin ein Freund deiner Lieblingshexe! Also deiner Mutter! Alles cool soweit! Oh mein Gott, Barry ist ziemlich nah! Okay! Wir haben es geschafft! Wir haben dir den Fischkadaver gebracht! Was für eine Leckerei du gefunden hast! Hier! Der versprochene Schrott! Pass auf dich auf, Kleines! Ich passe auf mich auf! Ich habe nur Angst vor dir! Kann ich gucken, was in dem ein... Der Eintopf ist grün! Du willst das wirklich essen? Du bist krank! Aber wir haben ein bisschen Schrott bekommen! Und als nächstes gehen wir zurück zu unserem Zug! Ich habe nämlich Angst, dass Charles uns jetzt hier irgendwo erwischt, während wir so weit entfernt sind! Oh, da liegt Schrott auf dem Boden! Perfekt! Da ist mein grüner Zug! Du... Du hast einen grünen Flicken da unten... Hatte... Warst du in meinem Zug drin? Zugeinbrecherin! Wie viel Schrott haben wir denn bekommen? Oh mein Gott, wir haben 37 Schrott! Das heißt, wir upgraden das Tempo mal ein bisschen! Und den Schaden! Panzerung auch! Oh mein Gott, das hat alles funktioniert! Hat sich unser Zug schon optisch von... Ja, der hat sich optisch von außen verbessert! Nice! Okay, und jetzt müssen wir zurück an die Weiche und die Weiche in die andere Richtung stellen, damit wir zu dem Typen hier können, den ich gerade markiert habe! Der ist eigentlich nur 150 Meter entfernt! Das ist gar nicht so weit! So, da ist die Weiche! Runterspringen! Perfekt! Und umstellen! So, jetzt können wir in die andere Richtung fahren! Ich komme! Oh, das war der Rückwärtsgang nach vorne! Perfekt! Wir fahren jetzt genau auf den NPC zu! Ich habe das Gefühl, dass Charles gleich kommt! Kommst du? Oder hast du Angst vor mir? Ich muss auf jeden Sound hören! Alles cool soweit? Okay, wir haben es geschafft! Wir sind bei der Mission angekommen! Der Zug macht fast eine Punktlandung! Wie geht's? Sitzst du den ganzen Tag hier draußen bei dem kacken Wetter? Ich meine, hier läuft ein riesen Zugspinne frei rum, du Idiot! Du musst der Archiver sein, von dem Eugene erzählt hat! Was auch immer ein Archiver ist! Wir freuen uns, dass du uns aus dieser mystischen Lage mit Charles und diesem verrückten Warren befreien möchtest! Also, dein Alterzug braucht ein paar mehr Upgrades, wenn du Charles ausscheiden möchtest! In meiner Scheune liegen ein paar Schrottteile herum, die du zum Aufwerten verwenden kannst! Hier ist der Schlüssel zur Scheune! Sie ist gleich dort drüben, aber ich werde sie trotzdem auf deiner Karte markieren! Sag doch einfach, dass ich ein Idiot bin! Ich weiß! Kann ich in dein Haus reingehen? Leider nicht! Wieso habt ihr alle überall Schrott hier rumliegen? Ist da hinten die Scheune? Ich meine, hier führt ein Weg lang! Ich möchte nicht auf die Karte gucken, weil dann würde ich ja bestätigen, dass ich ein Idiot bin! Aber das muss die Scheune sein, oder? Ich drücke nochmal M für... Ja, das ist die Scheune! Seht ihr, ich finde das auch ohne Markierung auf der Karte! Ich bin ein schlauer Mensch! Ich höre irgendwas pfeifen! Irgendwas ist hier! Schrott gefunden! Nur neun Stück! Die Hexe hat mir viel mehr gegeben! Die fand ich besser! Oh, es gibt eine zweite... Was, eine Luxusscheune? Sehr schön! Neun von neun Schrott gefunden! Obwohl Eugene versprochen hat, Hilfe zu schicken, sobald er das Festland erreicht, habe ich gerade festgestellt, dass er nie erwähnt hat, ob er zurückkehren würde. Ich nehme an, er ist der Typ Mensch, der nicht jedes Detail seines Plans verrät. Jeder auf der Insel versucht, einen Ausweg aus diesem Schlamassel zu finden. Und ich kann nur hoffen, dass dieser befreundete Aschi war eine Idee hat. Mir ist egal, was sie in der Vergangenheit getrieben haben und welche Praktiken sie anwenden, solange sie Charles den Garaus machen. Die meisten Leute hier unterstützen diese Idee, doch einige Verrückte wollen, dass wir ihn in Ruhe lassen. Dieser verdammte Warren hat nicht mehr alle Latten am Zaun! Das kannst du laut sagen! Der hat echt nicht mehr alle Latten im Zaun! Oh, hier ist auch ein Zettel! Versorgungsliste Hühnerfutter, Ziegenfutter, Zaunbedarf Tja, das kannst du streichen! Bereits gefressene Tiere müssen weder gefüttert noch eingezäunt werden! Da hast du recht! Hat Charles sie gefressen? Er ist ein Zug! Frisst ein Zug Hühner? Das wäre schon ziemlich komisch! Oh, das war ein Vogel, der die ganze Zeit die Geräusche gemacht hat! Wir haben den Schrott jetzt hier eingesammelt! Und sobald ich das sehen kann, haben wir hinten schon die nächste Mission! Wir kommen doch echt irgendwie gut voran! Ähm, upgraden! Tempo! Mist! Vielleicht die Pan... Ich kann nichts upgraden! Aber zumindest können wir damit im schlimmsten Fall unseren Zug reparieren! Der gerade noch auf 100% Leben ist! Ich mach mal lieber die Gatling-Gun dran! Weil ich glaub, der Flammenwerfer bringt nur was, wenn Charles wirklich sehr, sehr nah an mir dran ist! Und wir fahren zum nächsten Punkt! Ich hab nämlich das Gefühl, dass Charles uns gleich angreift! Er war lange schon nicht mehr da! Und diese Gegend ist so frei! Hier könnte er von allen Seiten kommen! Aber ich hab auch keinen Bock an meine Mission vorbeizufahren! Okay, jumpen wir raus! Alles cool! Charles, du bist nicht hier! Außerdem bin ich ein Freund! Ein Freund von Eugene! Den Typen, den du nicht magst, den hab ich dreimal überfahren! Der Feind deines Feindes ist dein Freund! Die Gurkenlade! Ich brauche meine Gurken! Ich habe das letzte Gurkenglas in meinem Haus gegessen! Und auf der ganzen Insel gibt es nur noch ein Gurkenglas! Mein geheimes Glas mit Gurken! Weggesperrt in meiner Gurkenhöhle! Ich hätte sie schon vor Stunden besorgt, aber ich hab meinen Gurkenschlüssel verloren! Vielleicht hat jemand auf der Insel noch ein paar Gurken! Ich meine Dietriche! Und wenn du mir mein besonderes Gurkenglas mitbringst, gebe ich dir als Belohnung meinen gesamten Schrott! Du bist echt verrückt, oder? Reden wir wirklich von Gurken oder jetzt von Dietrichen? Da drin ist ja noch ein bisschen Schrott! Ich kann deinen Schrott auch einfach klauen! Du hast gar nicht so viel! Ein Stück, zwei Stück Schrott, das war's schon! Und ein Zettel! Gurken sind Liebe! Gurken sind Leben! Ich liebe Gurken! Die verleihen mir Glücksgefühle! Gurken, Gurken, Gurken! Geschrieben von Gurken! Geschrieben von Gurken! Oh mein Gott! Ich hör Charles! Ich hör Charles! Schnell zum Zug! Schnell zum Zug! Charles kommt auf mich zu! Er ist da hinten! Ich... Oh mein Gott! Läuft er auf mich zu? Ich bin mir nicht sicher! Ich geh trotzdem zur Sicherheit mal in den Zug rein! Ich seh ihn da oben! Yo, Charles! Ich bin hier hinten! Ich seh schon! Du suchst gar keinen Stress! Die Gurken-Lady macht dir wahrscheinlich auch... Oh mein Gott! Wir müssen genau in die Richtung laufen, wo Charles gerade hinten lang gelaufen ist! Ah! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Charles! Ich mach dich fertig! Bleib weg von meinem wunderschönen Zug! Ich hab ihn gerade erst repariert! Okay! Wechseln wir die Waffe! So schnell wir können! Flammenwerfer! Du verdammte Spinne! Ich verbrenne dich! Oh mein Gott, die muss abkühlen! Flammenwerfer, hab ich gesagt! Du hast keine Chance! Okay! Waffen wechseln! Und wieder schießen! Wir kriegen das easy hin! Ich werde dir dein komplettes Leben abziehen! Du Idiot! Du Idiot! Oh nein! Mist! Komm! Verbrenne! Ich muss mein Zug gleich reparieren! Gefahr! Das ist nicht gut! Reparieren wir ihn! Perfekt machen wir das! Und Waffen wechseln! Charles! Bleib doch einfach weg von mir! Das ist besser für dich! Mikasa! Esukasa! Idiot! Wegen dir bin ich wieder viel zu weit weggefahren! Wir sind fast schon zur nächsten Mission gefahren! Aber Leute! Ich denke die Gurkenmission machen wir in der nächsten Folge! Ich für meinen Teil beende hier erstmal die Folge! Lasst gerne ein Like und ein Abo da! Wir sehen uns das nächste Mal wieder! Bis dahin! Bye bye! I hit the function, hit the rose till I hiccup! I hit the stage and leave with money that say stick up!